Troiden der Separatisten unterwegs. Seid vorsichtig und arbeite zusammen. Oh, das waren zu viele. Da waren 5 Weinen um mich herum. Das waren ein paar zu viele. Lord Sidious. Kack, du Skywalker. Woher? Gemeinsam! Hör das denn nie auf! Nein. Aha. Scheiße, der hat sein Schild angemacht. Oh, der ist lau. Low, low, ganz low. Kann dir mal jemand täten? Ich will den Assist haben. Oh, der ist schon so wild. Ich hätte eine Granade werfen, so. Ach, ich wollte eine Taste bei mir umlegen. Machen wir gleich, wenn ich wieder tot bin. Das dürfte ja nicht so lange dauern. Das ist ja nicht so wild. Das ist ja nicht so wild. Das ist ja nicht so wild. Ja nicht so wild. Ich sage, es durfte ja nicht so lange dauern. Ich will eine Taste bei mir einlegen, weil das nervt mich. Ich komme mit dem Daumen nicht auf alt runter. Äh, b-b-b-b-kampfrolle. Was ist denn auf R? E-A-S-D-String-E. Was habe ich denn auf R? Ah, das habe ich auf E. Was habe ich denn auf C? Ähm, machen wir das mal weg. Machen wir das nochmal auf C. Machen wir das nochmal auf Alt. So. So, es tut mir leid, dass es gerade... Auf C komme ich mit dem Zeigefinger hin. Ja. Äh? Stimmt! Ach, dieser Daftlauf, ey. Bringen wir's hinter uns! Schräger. Fein nähert sich! Wo sind sie? In Deckung! Wo sind sie? Er war aber auch schon tot, als er mich erschossen hat. Wie geht das denn? Ich sichere euch! Wo ist sie? 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 So, irgendwie immer, wenn ich auf den Server komme, ist das mein Thema. Ich kriege nur Kill, ist es. Ich kriege nur... Ich kriege nur fucking Kill, ist es. Das nervt mich so. Macht in dem Tempo weiter, Leute! Äh, ach so. Ich sehe nix. Danke! Wir halten diesen Kampf nicht mehr lange durch! Weiter los! Weiter los! Diese Kampfdroiden sind echt heftig. Komm, wir machen mal den noch, wenn wir schon die Punkte haben. Ich bin bei dir, Bruder! Ich bin bei dir, Bruder! Komm, zwei Chat-Rabla! Ich bin einfach zu schlecht! Oh, das war der letzte Tote. Wir müssen uns zurückziehen, um in den kommenden Schlachten wenigstens eine Chance zu haben. Die Map sieht schön aus, aber ich mag sie einfach nicht. Also für diesen Spielmodi... Sorry, aber... Ja, natürlich die, die die ganze Zeit die Super-Trioten-Troiden gespielt haben. Natürlich auf dem... Ja, meine Lieben, wir machen trotzdem Feierabend. Kurze Runde. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Kommando Sektor Nord. Vielen Dank. Bis morgen. Ciao. 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 Ciao.